Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus Doktichens Keller. Heute, so wie auch in den nächsten Folgen, soll es um den Sequencer gehen. Würde ich sagen, starten wir direkt. Was ist ein Sequencer? Ein Gerät, in das ich einen Rhythmus oder eine Melodie einprogrammieren kann und die dann darüber automatisiert wiedergeben kann. Hier haben wir einen solchen Sequencer. Es gibt viele verschiedene Modelle am Markt. Beim Sequencer würde ich sagen, egal ob jetzt als Modul oder eben als externes Gerät wie hier, das ist der Synthi-Baustein, der sich am stärksten unterscheiden kann. Es gibt viele verschiedene Varianten. Die klassischste Variante oder die historischste ist der Step-Sequencer. Das ist eben genau sowas hier. Nachdem wir jetzt geklärt haben, was ein Sequencer so grob ist, Was sind jetzt diese Steps? Wir sehen hier zwei Reihen. A8 Steps. Für jeden dieser Steps, also für jeden dieser Zählzeiten könnte man vielleicht auch sagen, kann ich eine Tonhöhe einstellen. Ich kann diese zwei Achtergruppen unterschiedlich zusammenschalten. Zum Beispiel so, dass sie hintereinander durchlaufen. Dann habe ich also 16 am Stück. Das heißt, in diesen Sequencer kann ich erst mal 16 Noten einprogrammieren. Was sich nicht variieren kann bei diesen klassischen Sequenzen ist die Step-Länge. Das heißt, wenn ich den jetzt mal starte, sehen wir, es läuft durch. Ich kann sehr wohl das Tempo verändern. Also wenn ich das reduziere, läuft es eben langsamer. Aber jeder Step wird gleich lang gehalten. Ich bin immer ein Freund von eher praktischen Erklärungen. Deswegen habe ich mir überlegt, was machen wir? Wir werden über die nächsten Folgen einfach etwas programmieren, worauf die Welt gewartet hat. Nämlich eine Synthi-Techno-Version von Hänschenklein. Und damit es nicht zu kompliziert wird, machen wir nur die ersten paar Takte. Wenn ich mir jetzt überlege, ich habe eine Idee und möchte die mit meinem Sequencer umsetzen, ist die erste Frage, die man sich stellen muss, geht das überhaupt? Es gibt eben verschiedene Sequencer, die verschiedene Dinge können. Wenn wir jetzt sagen, wir können maximal 16 Noten eingeben, kann ich mir überlegen. Okay, wären 13. Das sollte also soweit schon mal funktionieren. Bleibt noch der Rhythmus. Und hier wird es ein bisschen kniffliger. Ich sagte ja gerade, wir können die einzelnen Step-Längen nicht verändern. Nun bestehen aber die meisten Stücke nicht aus Noten, die immer nur gleich lang sind. Die kürzeste Note, die ich darstellen kann, ist ein Step. Und wenn ich jetzt längere Noten habe, kann ich mehrere Steps einfach zusammenschalten. Ich habe das mal visualisiert. Das blende ich jetzt an der Stelle mal ein. Hier sehen wir ein Beispiel, wo 16 Steps gesetzt sind mit 16 gleich langen, kurzen Noten. Das nächste Beispiel zeigt jetzt den selben Bereich letzten Endes, aber die untere Reihe enthält jetzt nur noch 5 Noten. Warum? Weil einfach manche von den Noten sehr lang sind. Die längste braucht 8 Steps. Im schlechtesten Fall, drittes Beispiel, wir haben eine sehr kurze und eine sehr lange Note. Da würde ich jetzt sogar nur 2 unterkriegen. In dem Beispiel, was wir jetzt sehen mit den 4 gleich langen Noten, das würde, wenn ich nur Notenwerte habe, die so sind, keinen Sinn ergeben. Dann würde ich einfach die Geschwindigkeit des Sequencers reduzieren. Das kann ich ja machen. Es geht also immer darum, wie unterschiedlich sind letzten Endes die Notenwerte. Und da muss ich halt gucken, das Kürzeste, was ich darstellen kann, ist ein Step. Und das bestimmt dann letzten Endes auch die Geschwindigkeit, mit der ich den Sequencer laufen lasse. Was wir jetzt sehen, ist offensichtlich irgendwie eine Melodie, wo drei Noten länger sind, nämlich die dritte, die sechste und die dreizehnte. Das ist nämlich genau unser Hänschenklein. Wir sehen also, es passt in diese 16 Steps gerade so rein. Heißt aber auch, mit diesem Sequencer können wir unsere Idee auf jeden Fall schon mal umsetzen. Wie das mit der Programmierung dann im Weiteren verläuft, schauen wir uns in den nächsten Videos an. Es werden mehrere werden, einfach weil das Thema doch etwas komplexer ist. Also nächste Woche wieder einschalten zur Sprechstunde. Es gilt wie immer, liken, abonnieren und die Glocke läuten, damit ihr nichts verpasst. In diesem Sinne, gehabt euch wohl.